Ja, mein halbes Leben besteht daraus, über Brücken zu laufen. Also muss jeder sicher sein? Jeder muss einzeln sein wohl, ja. Okay, warte mal, ich mach erstmal hier alle aus dem Weg. Oh Gott, warte mal was. Das ist ja krank. Also wenn du das jetzt schneller hast, dann glaube ich dir, dass du das schneller hast. Also ich hab's fast. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich habe zwei Problemkinder so gesehen. Kann auch einer draußen sein? Nee, ich glaube nicht. Das wäre ja interessant. Aber ich habe hier ganz viele Problemkinder. Nee, ich hatte zwei, die ich nicht zusammenpacken konnte. Also ich hatte, wo ich zwei Paare hatte, die noch zusammen waren. Das geht doch gar nicht. Also, nee, damit geht noch zusammen in einem Gehege, okay. Ah, verdammt! Hm? Ich hatte es fast gehabt. Hm. Vielleicht ist es ja nur eine Sache des leicht Verschiebens. Ja, also... Ja, okay, wenn zwei draußen sein dürfen, dann wäre es perfekt. Nee, wenn... Also ich denke, einer dürfte vielleicht noch. Naja. Ja. Wenn überhaupt. Hm. 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 Ist das normal. Okay. Ich krieg das ganz und gar nicht so hin, wie es soll. Ich hab's manchmal so annähernd, aber halt nie so, wie ich es möchte. Mhm. So ist es auch nicht. Ist es okay? Jetzt halt hier auf jeden Fall nicht. Oh, okay, 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 okay. Das könnte noch einigermaßen klappen. Hm. Das. Und dann geht das hier wieder nicht. Hm. Ding. Du Bödschen. Okay. Okay. Ich mach' ich mal. Hm. Okay. Mal. Ich muss nur das irgendwie zu lösen. Na, da sind die noch zusammen. Na, da sind die noch zusammen. Scheiße. Ich probier's mal nochmal. Ja. So. Dann sind die schon mal voneinander getrennt, was nicht wichtig ist. Ich probier's mal so. Ich probier's mal so. Sind die getrennt. Ich kann mit dem Kreis irgendwie kaum was anfangen. Mhm. Ja. Also der Kreis schafft für mich irgendwie das wenigstens an Problemen aus dem Weg. Ja. Vielleicht wenn man weiß, wo man den Kreis hinsetzen muss, damit der sinnvoll ist. Also ich glaube, ich habe den richtigen Platz für mein Dreieck. Mhm. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich bin, ich weiß nicht, wo ich mein Dreieck hinpacken muss. Das ist gerade fast genau. Also eins, zwei, drei, vier, drei, sechs, sechs. Also wir sind uns einig, dass jeder hamster ein eigenes Ding ins Hand muss. Oh, das ist auch richtig. Das Problem ist, dass es manchmal so eine Feinjustierung ist. Das ist super. Ich bin halt echt der Meinung, dass ich bei einem richtig liege, mit dem ich das machen muss. Vielleicht kriege ich auch falsch und ich muss den Kreis dafür einsetzen. Hm. Hm. Oh, ich lache jetzt, wenn das die Lösung ist. Also das ist, was mich von der Lösung abgehalten hat. Hm. Ich versuche mal eine Sache. Mach das. Ich versuche mal... Ne, ich sag die Taktik nicht. Ja, dann halt nicht. Okay, dann. Ne, ne, ich kann ja die Taktik wenigstens sagen. Hm. Ich versuche... ... jeden... ... von jedem äußersten Hamster auszugeben. Hm. 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 Das hört auch nicht hin. Schade. Hm. Das hört auch nicht hin. Hm. Na, warte. Das könnte so schön hinhauen. Das könnte so schön hinhauen. Das könnte so schön hinhauen. Oh, das ist schwer. Hm. Hm. Ich bin sogar fast bereit und tue zu mir. Hm. Oh, nur fast. Hier kriege ich das hin, dass ich da Hebel habe, aber den noch reinkriege. Ich glaube nicht da. Hm. Hm. Ne, ich muss dafür das Dreieck empfehlen. Das ist alles so mies. Mies. Ja, wahr? Ich hab... Oh. Hast du's? Zufällig. Sehr zufällig. Puh. So, was mach ich jetzt in der Zeit? Du könntest mir diese Namen schicken. Ich könnte hier sie. Ja, genau. Das war ja. Und ich hol mir noch ein Wasser. Du hast ich ganz noch von meinem trinken. Was? Aber was ist mit deinem... Also was ist mit dir? Mir ist das zu kalkulich. Zu kalkhaltig. Waaah? Zu kalkhaltig. Achso. Oh man. Hartes Wasser für harte Kerle. Ich glaube ich nur meinen Tipp. Sonst dauert's bei mir jetzt ewig. Ich kann dir auf die Lösung gehen. Nein, Quatsch. Nee, das ist Kacke. Du kannst... Sagt man nicht. Also wann... Ich muss je... Fünf Wörter sind scheiße. Oder andere. Guck mal, Kacke ist ja wohl das... noch harm... mit harmlosester. Biberkacke. Biberkacke. Oh Gott, ja. Scrubs. Also... Elliot Reid. Also ich muss jeden Hamster in ein Gehege kriegen. Ich kann nicht einen draußen lassen. Mhm. Ja, äh... Ich weiß es nicht mehr. Ich muss selber nochmal gucken dann. Sonst kannst du leichter die Irrhand halten, wenn du die Unschadung in dieser Reihenfolge platzierst. Ja, mach ich ja. Ich versuch's immer mit einem Dreieck am Anfang. Also... Ich hab halt versucht mit einem Dreieck diese beiden hier zu trennen. Welche? Mh... Würde ich nicht... Würde ich mit was anderem machen. Na dann geht's eigentlich nur mit dem Kreis. Weil damit... äh... Na platzier doch erstmal das Dreieck. Ja. Irgendwo wo du denkst, dass es sinnvoll wäre. Da vielleicht... Also eigentlich hab ich gedacht, man müsste vielleicht... Da... Na sagen wir mal, einer dieser Hamster ist sowas wie... eine Ecke des Dreiecks. Also soweit wie es denn geht, genau. Jetzt mit dem Kreis. Aber wohin? So? Das hatte ich vorhin schon. Aber da funktioniert es dann nicht mit dem hier rein zu kriegen. Mhm. Das hatte ich vorhin schon mal. Also muss ich den... äh... das Hirn damit noch wegkriegen. Das sieht mir so nach hinten würde. Oder so. Ja und wenn du jetzt mit dem Kreis noch was trennen könntest... Nein, ich musste den dann noch wegkriegen. Hä? Warte. Ich mach mal den Kreis. Ne, funktioniert dann. Ich hatten wir ja schon. Was? Ja. Das ist so ne schöne Form, hab ich gedacht, geht nicht. Ist doch voll easy auf einmal. Nein, also... Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall richtig so. Glückliche Einzelhaft. Die Kerlchen sehen recht ruhig aus. Wie sie da so essen. Vielleicht hätte man sie ja doch nicht trennen müssen. Witzel 50. Du hältst, erhältst eine Interieur-Tickets-Dings. Schön. So, erledigt. Sind sie jetzt zufrieden? He he he. Das ist da so die Lösung. Endlich. Endlich. Ähm. Endlich hat es mal jemand geschafft, meine ich. Äh. Gut gemacht. Gut gemacht. Es wurden einfach nur jemanden, der es für sie löst. Habe ich recht? Dachte ich es mir doch. Ah, mein Salami-Sticks. Kannst du damit auch auf deinem 3DS rumtippen? Bestimmt. Wie mit ner Bockwurst. Wie mit ner Bockwurst auf dem Smartphone. Das geht. Cool. Was hast du angeklickt? Den Hund? Hm. Hat kein Rätsel. Mauer. Entschuldigung. Hättest du mal, äh, kurz mal Zeit? Hm. Warum macht der nicht Miau oder Wurf oder sonst irgendwas? Hm. Aber andere Katzen schon. Und die versteht man auch. Das ist kacke. Hm. Jo. Soll ich? Mal versuchen? Ja. Was geht für Nase? Du siehst mir nicht aus, als hättest du in letzter Zeit schlecht gegessen. Ja. Ich werde gut gefüttert, danke der Nachfrage. Meine Freunde und ich suchen nach einer Katze. Hast du eine in der Nähe gesehen? Hier wimmelt es nur so von Katzen. Fellnase. Äh. Ich hab grad... Ich hab grad auf dem 3DS geguckt. Und ich hab gedacht, ich lese Fettnase. Hm. Fettnase. Ich bin allein heute schon mehr begegnet, als ich zählen kann. Ritzel. Aber wenn ihr eine dicke, fette Katze sucht, die ganz und gar nicht... äh, ganz und gar weiß ist, kann ich euch vielleicht helfen. Ja, genau. Nach der Katze suchen wir. Echt jetzt? Was für ein Glück. Hm. Ähm. Hm. Okay, Fellnase. Dieses weiße Knäuel ist gerade vom Hafen weggesaust. Wie ein geölter Blitz. Haha. Und wohin? Äh. Wo ist sie hingelaufen? Locker bleiben, Fellnase. Locker bleiben. Sie ist noch ganz in der Nähe. Aber an einem etwas komplizierten Ort. An einem komplizierten Ort? Wovon redest du? Siehst du diese riesige Brücke da drüben? Die Katze, die ihr sucht, ist direkt vom Hafen an den obersten Punkt der Brücke gelaufen. Wirklich? Warum das denn? Tja, Fellnase. Wahrscheinlich wegen mir. Deswegen all das Gekläffe vorhin? Ich nenne es Bellen, nicht Kläffen. Als das Vieh vom Hafen weggerannt ist, hat es mich aufgeweckt und ich hatte gerade so toll geträumt, Fellnase. Flachzange. So toll geträumt. Und dann ist mir dieser dämliche Schnurrer auf den Schwanz getreten. Und dann auch noch auf den Hinteren. Und ich bin aufgewacht. Und warst sauer und hast sie weggejagt, hm? Sorry, Fellnase. Ich hätte nicht gedacht, dass ein anderer Hund dieses tollpatschige Knäuel suchen könnte. Naja, egal jetzt. Konntest du ja nicht wissen. Äh, was? Der heißt No-Reinu? 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 Aber was ist denn ein No-Rein? Hm. Ein Hund. No-Lein? Nee, also weil... Ein Hund. Ja, nee, der Hund, klar. Aber was könnte es heißen, weil... Ein Name. Ja, aber vielleicht gibt es diesen Namen ja auch in irgendeiner Sprache, die man versteht. Und... Wir sehen ja dann, was er im Deutschen. Ja. Wir werden es dann sehen. Ist ja nur noch eine Woche. Also Fellnase, was geht so mit dir? Lassen dich deine Besitzer ihre Detektivarbeit erledigen, oder was? Das... Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist heftig. Das ist heftig.